Yo Leute, was geht ab? In diesem Video zeige ich euch eine Rank-Methode, in der ihr ganz einfach den Win mit Plus ganz sicher jede Runde oder fast jede Runde, zumindest macht ihr jede Runde 100%ig Plus. Das versichere ich euch. Schaut euch das Gameplay an. Was ich dazu noch sagen muss, diese Methode klappt ausschließlich nur von Bronze bis Platin 4, weil da Platin 4 bekommst du zu viel Minus und da reicht die Methode nicht mehr, um das auszusetzen, wenn ihr gut viel Plus machen wollt. Ja, das wird jetzt ein Gold Gameplay und dann viel Spaß mit dem Video. Häuser. Es gibt nichts Schöneres als keine Waffen im ganzen Haus. Gib mir jetzt ein Evo Schild, Evo Schild, Evo Schild. Ich hab im ersten Rank 280 Plus gemacht. Jobs, tu mir das jetzt nicht an, bitte. Tu mir das jetzt nicht an. Und wir hatten zwei Runden auch wirklich Pech. Äh, Champion. Ich hab's gut auf der Gehtübe. Die ersten zwei Runden, die wir gespielt haben, waren wirklich... Was ist denn jetzt noch? Was ist denn mit den Bänden nicht richtig? Ja, okay. Sorry. Hätte ich mich angucken sollen. Weiß, ey. Also, gleich kommen die und hier sind auch Feinde, also ich glaube, wir sind... Was ist mit... Wie heißt der auf seinem zweiten Account? Äh, Joe Biden. Was ist mit dem? Äh, das ist... Ähm, Ding. Digger, ich krieg grad richtig Angstzustände, Digger. Meine Zimmer fällt irgendwas runter und meine Katze ist drüben im Wohnzimmer. Vielleicht hast du ja Geister. Kann auch sein, Digger. Es ist wirklich grad richtig Geisteskrank. Ich hab das Gefühl, dass irgendwer wieder Gegner neben uns gestorben sind. Oh ja, hier sind Gegner. Ach so, ihr geht raus, sagt mir doch Bescheid. Oh. Äh, Aqua spielt, äh, kein Apex mehr. Ja, der hat aufgehört Apex zu spielen. Ja, mit den ganzen Problemen wirklich, das ist einfach das Beste. Ja. Wahrscheinlich, aber ich hab kein Alternativspiel, deswegen spiel ich es immer noch. Aber ich hab das Spiel, weil so ein Legenden-Shooter mit eigenen Fähigkeiten ist halt geil, einfach. Ja, schon. Also an sich, die haben so ein geiles Konzept rausgebracht, Digger. Noch ein paar kleine Änderungen. Ist ja wirklich nicht viel. Ja, ich hab da einfach nichts. Einfach so kleine Änderungen und dann wär jeder glücklich. Ja. Habt ihr mal geschrieben, alles gleich. Äh, lest auf jeden Fall später. Und danke für die Likes. Ich glaub, ich geh kurz zum Care-Paket. Zwar übel ist der Fehler wahrscheinlich, aber ich mach's trotzdem. Also wir haben keine Schilde, Mann. Hm, 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 hm. Was hat's denn bitte? Oh, nee, nee, Mastiff, Digger. Bojack oder so, aber keine Mastiff. Warum denn keine Mastiff? Überschneiden. Komm schon, Schilde. Hey, hier ist der Gegner. Ich loote hier vorne, weil hier ist nix. Ja. Wir sind schon wieder zu weit aus, ne? Wir sind hier, du bist falsch. Ich hab'n Call gegeben, ihr seid einfach los dran. Hm. Da oben sind welche. Alle Loot ist echt schlimm. Oh, jung. Sind es genau in der Mitte. Perfekt. Jetzt sterben wir. Der hier, hier ist wieder nix und auf einmal gleich dreist kurz um uns. Wir werden von Neue aufgeschlossen. Zehn. Geht's auf jeden Fall mal in irgendein Haus oder so. Und chillt da erstmal ein, zwei Zonen ab. Vor allem ist Leben. Weil hier waren schon welche. Es leben einfach immer noch 16 Squats. Und es werden 18 Squats ins Spiel geholt. Glaub ich, wir müssten 18. Oh, da wurde einer Craybot. Ja, hab ich auch grad gemerkt. Und hier ist ein Lifeline-Package hier. Ohne Zahn, gute Nacht. Oh nee, Montag wieder schuhe. Boah, nee. Guck mal, hör auf, ich hab' kein Bock auf diese. Boah, mein Schlafwutmus ist kaputt. Ich kann das, glaube ich, gar nicht mehr. Ich bin ja sechs Wochen lang immer um drei Jungs. Ich glaube, dass wir hier 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 hier. Davor und vor uns. Boah, hab ich will nicht fighten. Alter, ich will den mit den Schilden nicht fighten. Ja. Oh, Charri. Ja, komm, lass weg. Lass weg. Wir brauchen Schilder. Ohne Scheiß. und wir können gleich zusammen spielen wenn du wirst sie sind da oben nicht ein schild gar nichts nichts und da beschwert sich erpx ist dass der weapon pool zu groß ist diese schilder er ist alles mir egal ich brauche für die scheiß waffe 3 1 ist recht wir gehen da lang ich komme da raus wir sind noch drei kisten aber ich muss sagen gott ist ja noch angenehm ich weiß wie sind also platin lobbies werden und die ja die ja sind ja brett und maß und alles das ist richtig schlimm wollte schon einfach kurs aber der lobbies werden ja immer schon mit maß und brett zusammengemixt läuft nicht so gut jobs elf links bei dir läuft es mega gestern lief es auch nicht so gut mit jobs also seine nacken klassen jetzt die waren ja auch die 10.000 Kilometer die sind richtig krass schildet abwägen das ist auch nichts ich muss auch mein schild upgraden können wir knicken es kommen Gegner von da von da und da aber auf jeden fall ist Gegner aber hallo 100 jahre gerannt oh ja das sind Gegner hier das jumptower nehmen einfach weg ich bin richtig schön headshot gegeben warte ich mach kurz schild ja ich konnte jetzt episch machen weil ich das weg schon schnell gemacht gib ihm babbeln feindliche vor mir ich bin tot wahrscheinlich da sind feinde genau hier von uns oh der ist sehr low der ist ja übel slow der ist übel slow Oh nein, oh nein, oh nein, oh nein, oh nein, woher kommst du denn jetzt her, Mann? Oh, direkt finischen, der Hund, hier, komm hier runter, nice, bitte komm schnell zu mir, bitte komm schnell zu mir, juh, die Massive ist so OP, 112er, es läuft, komisch, wie, überleg mir es läuft doch, es läuft, ja, schauen wir mal, wie lange noch, okay, das ist schon mal gut, das war wichtig, das ist gut, ein bisschen optimistisch hier, boah, das ist ja gleich rot, das Evo, Alter, der hat auch so um sein Leben gekämpft, Digger, den anderen noch 190, der braucht nur 50, sind auch noch zwei Küste, aber liegt nur mit einem Großteil Müll drin, ich hab da oben zur Not schon mal ne, 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 übelste Bucht aufgebaut, Alter, hier oben geht schon ab, hier und meine Schilder stehen ja schon, wie viele Bett habt ihr? 3, 3, glaub ich, 7, ja, ich hab das ist total blöd, wenn wir das machen, da oben gestorben, hallo, das ist 10 sehr ist ich hab kein Scope, ich kann nix tun Bryant gelbegte Lagerr провод ist in das Knowingverein obwohl überhaupt ist Gran Olaf geniezt und Das ist mein Favorit Ja, ich bin hier safe Mach mal hier ein Ding hin Ja, einfach da Jetzt hast du mir hier ne Wand geklaut Ja, dann verleg das doch nur hier drüben Jari, was hast du für ne Luxusbewohnung mit dem Wettbewerb, hier Der macht das mein Motiv Das ist die Spezialeinführung Komma, Röper, Jero Kann partiert das mit dir? Oh, Junge, die Mädchen sind wirklich abgefahren Äh, die Gegner, nicht die Mädchen Der ist doch da, der was bewegt sich doch Ja, da kommt auch Schuss zu, ja Jungs, ich crafte erstmal, ne? Ja, mach doch Wenn die Sprint mehr bringt Soll ich euch denn, ja, hier kommt, ich mach euch ne Bett Ich mach euch ne Bett Also, er kann Trios, hier, ich hab dir ne Bett gemacht Mhm, nix einfach hin Ich glaub die Solo, ich will mir, müsste ich die dann abholen Ja Was war das jetzt für ne Ulti? Ich geh jetzt rein Die Hä? Ich glaub das ist nur eine Ich geh kurz rein Nö, der hat ne Craver, ne? Ja, nein, der hat sein Ulti Okay, das sind zwei Ich seh schon gleich den Headshot in mir Oh ja Ja, Repeater mit Schädel Die fressen Ulti erstmal Oh oh oh, das wird übel, das wird übel Einfach, eine One-Shot Aus aus der Zone Geile Bubble, die war richtig gut Ja Ja, der Octane, der bei mir ist auch richtig gut Ja, der Octane, der bei mir ist auch richtig gut Oh nein Das hab ich auch wieder nicht verstanden, woher? Von da oben Wie sie schon Oben hat einer ne Craver Ja Wie sie schon probiert haben Vielleicht durch unsere unsere Fahrzeug durch Du kannst kleine Kiste Und die andere noch mal Waffe Lass sie, die haben keine Sohn, wir gehen Sohn Dann haben wir Sohn Die haben Sohn, die sind da oben Die sind hier Ja, da ist keine Sohn Für 20 Schaden Brauch eine Spritze Hatte eine Spritze Ja Dahinten sind halt auch welche Ich, ich geh Zone, Digga, die ist zu schnell Ja, ist viel zu doof Und wer macht die auch noch zu damage Kommt zu Boah, der ist low Boah Da lachen wir goldenen K7 Boah, Digga Die sind hier alle low Ich bin alle Longbow und sonst was So wie gestern, die holen uns wieder von oben Nein Nein So wie einer Ja, weiter, Hotte Nicht schießen Erst alles zusammen Jetzt 90 Flash Kappisch Ah, das macht einfach Spaß Ein Bogen Ich brauche die Optik Boah, bessere Optik Ich frage mich, wo das hier hin ist, der hier war Hier in der Ecke Hier in der Ecke Und hinten auch noch Da unten Nein Junge 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 Was war das denn jetzt, dass sie einfach in den Ecken gekämpft haben Nein 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 Junge Ich finde den nicht, wüsste Der hockt gegen in der Ecke ganz schön, ich bin Kehlspitzenleiter, da Boom, Junge Da unten, Ränder Ja, mit Junge Von oben auch noch, oder was? Ja, da unten, Ränder Ja, mit Junge Von oben auch noch, oder was? Ach, da ist noch einer, da ist noch einer Pass auf, oben noch einer Nimm mich Nimm mich Schnell, schnell Wenn ich nicht schiede, der pusht mich Sonne doch Ja, krieg ich Perfekt gut Nein, er ist One, Neveo One-Shot Kannste easy Wo? Boxen, hier hinter dem Stein Ich hätte ihn auch boxen müssen, hier Hier Nein Oh, unser 10er Headshot Digga, Trios, läuft doch Oh Du ein fetter Headshot In dem Steinpunkt Gott sei Dank Ich hab den Win jetzt echt gebraucht fürs Ego, Digga Saftige Hits, ja Das war grad echt gut Ey, wow, GG Danke für 27 Likes Ah, 2300 Chan Ohne Wingman Ohne Wingman War ne gute Runde, Digga Ja, auf jeden Fall Oh ja Das ist nice Wicked